Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder meine Monatsfavoriten für euch, also die Produkte und Serien und Musik und so weiter und so fort, was ich im letzten Monat cool fand, also im Mai. Und bevor das Video jetzt losgeht, schreibt ihr mir unbedingt mal eure Favoriten in die Kommentare, denn da bin ich echt drauf gespannt. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Diesen Monat habe ich irgendwie nicht so mega viele Favoriten, einfach weil ich voll wenig Zeit hatte, um irgendwelche Serien zu schauen, Bücher zu lesen und Produkte auszuprobieren und so weiter und so fort, aber wie auch immer. Wir starten mit Beauty und da habe ich erstmal etwas, was eigentlich jeder kennen sollte, aber naja, jedenfalls geht es um Penaten und zwar um das Babyöl, Intensivpflegeöl. Ja, das ist das hier, das ungefähr jeder als Baby wahrscheinlich benutzt hat, beziehungsweise die Eltern, naja, wie auch immer. Aber jedenfalls habe ich das erst wieder so für mich entdeckt, weil irgendwo habe ich gehört, dass das eben mega, mega pflegend sein soll und ich dachte, ja gut, wenn das bei Babys was bringt, dann sollte das bei erwachsenen Menschen auch was bringen. Deswegen benutze ich das jetzt manchmal über Nacht und gebe mir das so hier hin oder hier hin oder allgemein auf die Arme, auf die Beine, wie auch immer. Und dann ist man natürlich sehr, sehr ölig, aber ich weiß nicht, mir macht das jetzt nicht so mega viel aus, wenn ich nachts schlafe. Und am nächsten Morgen ist die Haut so zart, Leute, also es ist einfach richtig, richtig geil. Und deswegen muss ich schon sagen, dass ich das echt ziemlich, ziemlich cool finde. Und jetzt habe ich noch ein Öl, aber ein etwas anderes Öl und zwar von Balea das Reinigungsöl. Für trockene Haut steht jetzt hier, aber ich weiß jetzt nicht, ob es noch ein anderes gibt. Ich habe nur das hier gefunden. Und ich benutze das halt immer zum Abschminken, ganz einfach. Also abends, wenn ich am Waschbecken bin, mache ich hier so ein paar Pumpstöße in meiner Hand, so fünf oder sowas. Und dann verreibe ich das so ein bisschen und reibe mir die Schminke vom Gesicht. Und das ist echt ziemlich cool. Ich habe immer die Balea Reinigungstücher benutzt oder die BB Reinigungstücher, so. Und die habe ich wirklich jahrelang benutzt, aber die sollen ja jetzt auch nicht so mega geil sein. Und Öl ist ja sowieso immer besser, weil es halt Öl ist und pflegt. Deshalb bin ich jetzt auf das Öl umgestiegen und ich muss sagen, es hilft echt gut. Ich habe jetzt auch nichts daran auszusetzen und ich finde es eigentlich schon nicht schlecht. Jetzt habe ich etwas, was ich wirklich abgöttisch geliebt habe diesen Monat. Ich bin wirklich completely in love damit. Und zwar ist das von L'Oreal, diese Maske hier. Und zwar ist das die Detox-Maske mit Tonerde. Und die reicht für, ich glaube, circa 10 Anwendungen. Und ich mache das immer 2-3 Mal die Woche. Also eigentlich immer 3 Mal. Es ist schon ein bisschen eklig so, aber ich finde es halt mega geil, dass es in so einem Töpfchen ist. Und wie ihr seht, ist der Topf auch schon so gut wie leer. Also ich denke mal, ich kann jetzt noch 2 Mal eine Maske machen und dann war es das auch schon. Und ich habe mir auch schon eine andere davon nachgekauft. Denn es gibt aus dieser Reihe irgendwie 3 Stück. Eine, die ist so rötlich, eine, die ist so hellgrün und dann noch die hier. Und die fand ich echt mega nice. Meine Haut hat sich echt verbessert. Also okay, ich hatte jetzt eh nicht so mega krasse Hautprobleme oder so. Aber ich dachte mir so, okay, irgendwie besser geht es ja irgendwie immer. Und deshalb habe ich die ausprobiert und ich muss sagen, die ist echt mega cool. Also meine Haut wurde viel ebenmäßiger und allgemein einfach besser. Ich trage die auch immer mit einem Foundation-Pinsel auf, weil dann ist es nicht so, dass ich jedes Mal mit meinen Händen da reinpatsche. Und naja, ich weiß ja nicht. Deswegen, das kann ich auch sehr empfehlen. Und ich finde, es macht auch mega Spaß, eine Maske mit einem Foundation-Pinsel aufzutragen. Bin ich die Einzige, die so denkt? Oder ist da jemand von euch auch dabei? Und ich muss sagen, ich freue mich jede Woche auf die Tage, an denen ich meine Maske auftrage. Und ja, ich weiß auch nicht. Es macht echt mega Spaß. Und die Haut ist echt besser geworden. Und dann habe ich jetzt noch von Schwarzkopf Glisskur die Liquid Silk Express Repair Spülung. Das ist die hier. Die hatte ich mal im Tauschpaket von der Sarah von Gossip Gold, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe die wieder für mich entdeckt. Die ist echt mega nice. Ich nehme die immer und schüttel sie. Und wenn meine Haare noch nass sind nach dem Waschen, gebe ich die halt überall so ein bisschen rein. Erstens duften dann die Haare so hart gut, weil es einfach so lecker riecht. Yummy, yummy, yummy. Und dann lasse ich das halt kurz anwirken und dann kämm ich sie durch. Und allgemein lassen sich die Haare dann einfach besser kämmen. Und sie sind halt dann einfach ein bisschen geschmeidiger. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Dann kommen wir jetzt zu den Serien. Und da habe ich eigentlich nur zwei Serien geschaut. Wenn überhaupt. Also Prison Break habe ich halt geschaut. Das läuft ja immer samstags. Wobei sogar das Staffelfinale jetzt glaube ich lief. Ich muss sagen, ich hänge noch eine Episode hinterher. Muss ich noch aufholen. Also bitte nicht spoilern. Aber Prison Break fand ich auf jeden Fall mega cool. Auch wenn ich die Staffel jetzt nicht so krass finde, wie schon manch andere, die da vorliefen. Aber trotzdem, Prison Break ist eigentlich immer so ein Favorit, ne? Und die zweite Serie, die ich sehr, sehr geliebt habe diesen Monat, ist Famous in Love. Und ich bin mit der Staffel, also mit der ersten Staffel, bin ich eigentlich schon komplett durch. Ich glaube, eine Episode fehlt mir auch noch. Ich liebe diese Serie. Die ist echt mega cool. Die ist ja auch von der Macherin von Pretty Little Liars. Es geht um ein Mädchen. Und dieses Mädchen will Schauspielerin werden und geht zu einer Audition. Und wird plötzlich Star von einem richtig heftig krassen Film. Also über Nacht wird sie ganz, ganz berühmt. Und ist plötzlich in diesem ganzen Hollywood-Glamour-Life drin. Und dann kommen natürlich auch ein paar Jungs ins Spiel. Und Probleme und Intrigen und Geheimnisse und alles Mögliche. Und ich finde das echt ziemlich, ziemlich cool. Und ich bin auch schon mega auf der Staffelfinale und auf die hoffentlich kommende zweite Staffel gespannt. Ich muss zwar sagen, die Hauptdarstellerin ist ja Bella Thorne. Und die mag ich ja leider nicht. Ähm, habe ich ja schon mal gesagt, weil sie ja Tyler Posey verarscht hat. Naja, egal. Aber ich muss sagen, sie spielt das echt, echt gut. Und ich finde, in der Serie wirkt sie mega sympathisch. Auch wenn man sie als Schauspielerin irgendwie nicht so mag. Aber ihren Charakter mag ich halt voll gerne irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber ich finde, das spricht auf jeden Fall für sie. Und die Serie ist auf jeden Fall mega cool. Und jetzt kommen wir noch zur Musik. Und da habe ich zum einen natürlich, selbstverständlich, das Album von Harry Styles hoch und runter gehört. Ich weiß gar nicht, welches Lied mein Lieblingslied davon ist. Ich kann es echt nicht sagen. Wobei, ich finde dieses Kiwi, 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 wie auch immer, das finde ich geil. Und Meet Me in the Hallway. Und natürlich Side of the Times, das mag ich auch sehr, sehr gerne. Und Two Ghosts eigentlich auch. Ach, eigentlich alles. Und Ever since New York auch. Aber egal. Und dann habe ich auch noch, ich weiß nicht, ich habe diesen Monat so viel alte Musik einfach gehört. Aber halt so, als ich einfach so 12 war, 13 war, zum Beispiel Hilary Duff, das Album Metamorphosis. Ich habe es früher hoch und runter gehört. Ich glaube, ich war in der 5. oder 6. Klasse. Ich glaube, 5. Und Hilary Duff war einfach die Heldin meiner Kindheit und Jugend. Ohne Spaß, Leute. Und ansonsten habe ich auch richtig viel alte Hip-Hop-Musik gehört. Also zum Beispiel ganz viel von 50 Cent und DMX und Eminem und Kanye West und so weiter. Und ich bin einfach so in den 2000ern hängen geblieben, was Hip-Hop betrifft, glaube ich. Ich liebe die Musik so sehr. Aber, naja, die von heute auch, ne. Ich habe übrigens auch eine richtig coole Playlist aus Spotify, die halt voll so 2000er und halt auch ein bisschen später, also die letzten Jahre, Hip-Hop enthält. Und auch teilweise andere Sachen. Ich nenne sie meine Turn-Up-Playlist. Weil ich die immer im Auto höre und da kann man richtig gut abgehen. Ich verlinke die euch mal in der Infobox, weil die höre ich immer, wenn ich irgendwie Auto fahre und einfach abgehen will und mitsingen will und mitrappen will und sowas. Und ich liebe diese Playlist so sehr. Wie gesagt, schreibt mir jetzt unbedingt mal eure Favoriten in die Kommentare. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und wenn ihr irgendwelche Video-Wünsche für den kommenden Monat habt, dann schreibt mir die auch mal in die Kommentare. Denn ich will ja auch Videos drehen, die euch gefallen. Wenn ihr neu hier seid, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mich abonniert. Und wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach oben geben. Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook und so weiter und so fort. Das ist alles in der Infobox verlinkt, wie immer. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!